Yo Leute, was geht ab und jetzt willkommen zu einer neuen Folge Cleverbot Staffel 3 und damit sogar Folge 9. Ja, ich würde auch sagen, wir labern gar nicht lange, sondern starten direkt rein, wir schreiben guten Tag. Es hängt schon mal gut an? Ich sehe trotzdem schon, dass es im Abgrund landen wird und auch da enden wird. Gut, ähm, ja. Gut und dir, lieber Cleververbot-Film, es hängt gut an. Was machst du so? Äh, mit dir schreiben, lieber Cleverbot. Mit dir schreiben und was machst du denn so? Was machst du denn so? Bitte? Okay, gut. Da wollten wir hin. Da wollte ich hin. Genau, zu so einer Frage vom Cleverbot wollte ich hin. Denn, ich habe mir überlegt, ähm, ich wollte eigentlich mal im Internet so nach Fragen gucken, die man dem Cleverbot so stellen kann. Aber, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Bist du ein Junge oder ein Mädchen, freue ich jetzt einfach mal den Cleverbot. Oder, oder, ein... Auch, ein... So. Hä? Bist du, was soll ich gerade mal ein Mädel, äh, ein Junge, Dinger? Hast du nicht gerade noch ein, 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 ich weiß, äh, ey, okay. Aber, er hätte, er hätte auch hier oben gar nicht geschrieben, ne, dass der ein Junge ist, aber, okay. Oh, Apache Tech Helikopter, ne, weiß der. Okay. Wirklich? Ja? Nein? Oh. 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 In jeder Folge, warum? Was stimmt nicht mit diesem Cleverbot, Mann? Nein. Oh. Erstens. So, jetzt, jetzt kommt mal die Aufzählung, jetzt kommt die Todesaufzählung. Erstens, wir kennen uns nicht. Wir kennen uns nicht. Zweitens. Nicht nur, allerdings mit zwei Is. Finden keine Ahnung, wie... Zweitens. Viertens. Viertens. Wie du heißt. Ich glaube, das sollte reichen. Danke. Danke. Ich habe einen Freund, ja, das ist schön für dich, aber das juckt mich nicht, äh, würde mich, ja, kratzen, juckt dich aber nicht. Dann bist du fies, nein, ich bin einfach nur vor 10 Minuten aufgestanden, das ist alles. Wir müssen nämlich gerade bedenken, ich nehme gerade alles am selben Tag auf, ich habe nämlich ungefähr vor 5 Minuten die 8. Folge aufgenommen. Ja. Ich weiß. Wenigstens etwas, das du weißt. Deine Fresse. Oha. Nein. Doch. Ich kenne dich nicht mehr. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß. Warum hat keiner gesagt, dass du sollst? Keiner hat gesagt, dass du sollst, aber okay. Was ist das? Nein. Ich weiß, es wird doch... Nein. 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 Wer ist Lena, Mann, der... Wollt. Okay, der Clever ist jetzt gefragt, wie viele Kinder ich mit ihm machen will, Lena. um ich denke mal um ich denke darüber dass ich lehner bis die ein nennen das sind nennen am euro ist langweilig er hat mir auch beziehungsweise bis die langweiligen aber alles leben ist dann mach was ich habe jetzt einfach was dagegen dagegen was denn keine ahnung oder ein kopf gegen eine wand was möchte ich fang ja wird bisschen schwierig aber ok sind von fang wieder bei der frage was ich mache hat der clever bot irgendwas gesoffen oder so scheiß drauf da gehe ich jetzt nicht wieder drauf ein leute wenn euch die folge gefallen hat äh ja lasst ein like und abo da schaut im community tab vorbei da ist ein link drin wo alle links drin sind und ja würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal bis dann tschüssi bis 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 zum nächsten Mal.